das klappt meine freunde jb ist im start und es geht endlich weiter mit was war das die weiter mit evoland freunde ja der kevin wartet sehnsüchtig drauf der kunga auch mal weitermachen die liste der offenen stellen sagt bescheid wenn euch eins davon zusagt natürlich mal kinder hüten seid ihr sicher dass ihr kinder hüten wollt ja geht zum weisen aus dort würden euch sagen was zu tun ist aber denkt daran schlagt nicht über die stränge das ist das letzte mal ich mich freiwillig solche sachen sollte man uns übernehmen so dann gehen wir mal ins weisenheim das schon ein bisschen lang her dass ich weiter gespielt habe aber wir haben irgendwie das letzte mal wir brauchen geld für irgendwas das weiß ich noch was ist das weisenhaus nee das ist mcdonald's wog donalds so ist er lang so das weisenhaus das sieht nicht nach weisenhaus aus das auch nicht da jetzt raus sieht man aus wie eine waffen kammer das auch shop dann wird es das vielleicht sein wo das herz ist so das sieht doch nach einem weisenhaus aus ja so haben wir mit der ich ruhe mich nur kurz aus ich hoffe dass ich mich nur oh ihr seid das neue mädchen ihr seid meine rettung ich schätze hier ist was zu tun ist dann überlasse ich euch die aussicht viel glück endlich frei aber was muss ich tun okay kinderchen heute spielen lasst uns verstecken spielen ich meine computer spiele klasse mich findet ihr nie ihr seid der hammer fräulein wie sie alle direkt raus rennen muss ich jetzt ernst auf die kinder finden ist hier ein kind ach ne das war die kanalisation woher gekommen sind so wo sind denn die kinder können die auch in den läden drin sein wenn ja dann habe ich ein problem werdet millionärer geöffnet von 22 bis 4 oder wo muss ich denn nach den kindern suchen mensch können die echt auch hier drin sein fünf kinder ja hier drin war ja schon mal niemand da im innenhof ist eins wenn ich das richtig sehe hier stimmt das gucken wir mal nach war ich weiß das beste versteckt alle zeiten so einen haben wir jetzt schon mal also die können anscheinend echt überall sein okay leben hier kinder nein ah da ist noch eins da ich hab's gesehen hallo oh nein wie habt ihr mich gefunden ja ich hab gesucht so in der waffenkammer vielleicht da darf ich nicht rein da darf ich nicht rein da darf ich nicht rein hallo sind die kinder nein nur soldaten so hier ist eine omi die werde ich wahrscheinlich auch nicht rein dürfen diese tür ist verschlossen das habe ich mir schon fast gesagt die zauberer haben schmieden die dütigen starken haben seit sie in der stadt eingezwungen sind kaum noch hinein ich frage mich schon nach sie drin suchen jedenfalls kann ich die nächste folge der abenteuerserium piraten roberts immer noch nicht lesen das ist minus kann ich hier nein was geht hier ab schauen wir mal jetzt hier ins häusle hier ist deine oma ohne kinder bei workdonalds ist bestimmt eins 100 pro was kein kind als ob die sich keinen geilen burger gönnen wollen hier ist zu meine hühner sind ausgewöchst und steuern jetzt in der ganze stadt herum was ihr wollt mir helfen sie einzufangen nein aber sag mir lieber wo die kinder sind darf ich auch nicht lang wo die kinder sind und hier vielleicht welche keine süßigkeiten versteckt die da unten sich vielleicht ja tatsächlich ok haben wir da noch eins gefunden zwei noch auch sehr schrecklich der hätte vielleicht er hat angst vor klaus klaus war unser kollege hier ne so hier ist auch vielleicht ne auch kein kind drin hör mal wo sind die denn ich glaube ich werde jetzt einfach sieben jahre lang suchen ich werde sie einfach nicht finden ist das ein kind bist du ein kind nein ist kein kind ja wo sind die denn wo habe ich denn noch nicht geguckt hier oben komme ich nicht rein münzen hier oben ist auch nix hier geht es nicht weiter nach rechts da ist eins hallo mein freund jetzt schon habt ihr einfach super kräfte oder sowas fehlt noch eins kommen wir helfen immer bei seinen hühnchen ah der will nicht dass wir ihm helfen ok da waren wir drin hier waren wir auch drin da waren wir drin hier waren wir drin ja hier war auch nix hier ein kind fehlt noch gibt es mir einen tipp ne da gibt es mir keinen tipp vielleicht geben mir die anderen kinder einen tipp los gebt oh die sagen immer das gleiche okay so das heißt ein kind fehlt noch da komme ich nicht lange wo ist das letzte kind habt ihr es gesehen weißt du wo es ist nein die weiß auch nix hühnchen machen das letzte kinder ist echt nix in der waffenkammer aber da waren auch keine kinder da waren auch keine kinder seht ihr keine kinder sooo im shop war nix hier okay hier ist auch kein kind was sich versteckt da will ich nicht noch mal rein da sind nämlich ratten und du bist kein kind und du bist auch kein kind was sich versteckt okay okay münzen dann schauen wir hier nochmal rein aber ich glaube hier ist auch kein kind was sich versteckt ne ne das sind alles nur Leute die hier hingehören komm ich schwarfen nochmal alle an ne auch nicht war dies mit dir auch nicht du nein ah scheiße was mit dir okay du auch nicht gut haben wir das haus auch sooo hier ist nochmal ne hütte ah das ist ja hier alles geschlossen genau so hier war auch kein kind hmmmm hab ich jetzt bei Wookdong jetzt jemand nein Küche geschlossen ok ich will ja auch nix kaufen ich will mein Kind finden Hallo aber da ist doch rechts an der Scheune dann komm ich da irgendwie hier auch nix hier komm ich auch nirgends rum im Gasthaus war ich jetzt auch schon siebenmal eine Runde mach ich nochmal dann sind wir was mit dem Kind ist das ein Kind ach tatsächlich ah endlich wieder zurück so was geht ab jetzt hab ich das Spiel gewonnen ihr seid ja so cool ja ich weiß dafür werdet ihr bezahlen nächstes mal findet ihr mich nicht danke Frau Leiden ich muss mal war die in Ordnung wie ist es gelaufen sie haben sich da hoffentlich benommen klar lauf einfach durch mich durch kein Thema schon wieder aber ich muss sagen ich habe sie vermisst hier das ist für euch 80 Tacken kommt gerne wieder sagt die hau ab oh ist es schon Abend was für ein Tag höchste Zeit ins Gasthaus zurückzukehren ich glaube ich probiere jetzt mal hier dieses wer wird Millionär aus wo war das jetzt mal hier unten oder ja wir werden weniger spielen das macht 10 Grille überhaupt machen wir wollt ihr die Regeln wissen ja ganz einfach auf dem Tisch liegen neun Karten ihr müsst jeweils zwei davon gleichzeitig umdrehen ohne dabei die Karte tot zu erwischen wie viel ihr gewinnt ritt sich nach der Anzahl eurer umgedrehten Paare ihr dreht alle vier um bingo ihr gewinnt eine Mille alter nein fack oh so ein Pecht fast hättet ihr es geschafft ja ok das alles fiesen Symbole dann ist das hier fack ja das hatten wir grad schon mal ne das war hier das ist ok oh das gibts doch nicht ja zack ja boah jawoll oh Gott nein ok letzter Versuch es gibt einen Totenkopf und natürlich treffe ich den ohne irgendwas drumgedreht zu haben das macht noch einen Try so ok ok der ist hier der ist da aber jetzt schon wieder ey wetten das der Totenkopf ich sag's euch nein fifty fifty ach ich raste aus ich raste aus ich wässe euch ich raste aus ok das und das und das und das und äh den hatten wir hier schon mal den hatten wir da ja das gibt es nicht das gibt es nicht nicht ok hier sind Feuerteile und da ist der Totenkopf ne das war der hier ja der war hier der war da oben oder unten Freunde ich nehme oben das ich hoffe das heute noch ok Totenkopf Wetten ich verprasse jetzt wieder mein ganzes Geld und muss jetzt gleich wieder arbeiten gehen aber wenn ich das einmal schaffe ich glaube dann habe ich für den Rest des Spiels genug Geld Och wie viel Geld brauchen wir eigentlich? Ich weiß es gar nicht schon wieder Totenkopf wisst ihr wie addicting das ist so das hat Feuerding dich hatten wir hier Totenkopf wir machen jetzt immer zuerst die Ecken ok nein du warst nicht da sondern hier warst du ja das gibt es nicht ob es irgendwie einen Trick bei gibt Oh ich wusste es war in der Mitte ich wusste es einfach du kommst da hin du bist der Totenkopf du bist der Totenkopf du bist der Totenkopf nein ich muss das schaffen ich kann sonst nicht weiterspielen das geht nicht da war der Totenkopf schon wieder schon wieder alter letzter Versuch du bist nicht du bist der Totenkopf hä ach hier ach hier der 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 hier so dich kennen wir aber auch schon Feuern, 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 okay, das, das reicht, nein, 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 so, wir hauen ab, ab rein hier und zu unserem komischen Gefährten, es geht ab, ach der pennt, okay, dann gehen wir mal erst wieder schlafen, lass mich schlafen, ja, ich möchte schlafen, so, und bevor wir jetzt abgeben, würde ich sagen, beenden wir die Folge, weil die ist schon wieder überlang, nur weil ich jetzt am Ende so viel gezockt habe, freundlich, danke euch zu Schuhschauen, wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, ansonsten würde ich mich über eine positive Bewertung freuen, wir sehen uns beim nächsten Mal, auf Wiedersehen, tschüss!